Ich bin Michael Holmes live in Lemberg in der Ukraine und wir haben Breaking News aus der zentralukrainischen Stadt Dnipra, wo die Zuständigen sagen, dass drei Luftangriffe zumindest einer Person das Leben gekostet haben. Die Verantwortlichen sagen, einer der Angriffe war direkt neben einer Vorschule, außerdem bei einem Apartmenthaus und einer Schuhfabrik. In der Zwischenzeit sieht es so aus, als würden die russischen Streitkräfte weiter Richtung Kiew vorrücken, und zwar aus dem Osten. Wir haben Informationen über schwere Gefechte in der Nähe der Hauptstadt Kiew. Die ukrainischen Streitkräfte versuchen eine Stadt zu befreien, die aktuell von den Russen okkupiert ist. Die Kämpfe, die wir jetzt hören, sind intensiv. Und auf diesen Satellitenbildern sehen wir, wie der riesige Konvoi, der aus dem Norden Richtung Kiew unterwegs ist, sich etwas aufgelöst hat. Wohin, ist nicht ganz klar im Moment. Aber das englische Verteidigungsministerium berichtet, dass immer mehr russische Truppen versuchen, zentrale Städte in der Ukraine einzunehmen. Laut dem US-Verteidigungsministerium verwenden die Russen immer mehr Raketen für Angriffe aus größerer Distanz. Neue Satellitenbilder dokumentieren die Zerstörung durch die russischen Streitkräfte. Etwa 130 Kilometer im Nordosten der Hauptstadt. Eines zeigt ein ausgebranntes Industriezentrum. Und ein anderes die Überreste eines niedergebrannten Supermarkts. Außerdem haben wir Bilder des Antonov-Luftstützpunktes. Der ist inzwischen von den Russen besetzt. Und man sieht dicke schwarze Rauchschwaden aufsteigen, die kommen von den brennenden Treibstoffdepots. Der ukrainische Präsident Wladimir Zelenskyy berichtet über Hunderttausende Gerettete, die man in den letzten zwei Tagen in Sicherheit gebracht hat. Andere Bilder zeigen, wie kranke Kinder aus dem Spital gerettet werden. Der die ukrainischen Streitkräfte halten dem russischen Vorstoß alles entgegen, was sie haben. Sie behaupten, sie hätten eine Panzerkolonne aufgehalten, die auf dem Weg nach Kiew war. CNN Matthew Charts berichtet. Die Überreste nach den brutalen Kämpfen im Osten der ukrainischen Hauptstadt. Das ist, was du bekommst, wenn du die Ukraine überfällst. Diese russischen Streitkräfte haben versucht, Kiew einzukesseln. Die ukrainischen Streitkräfte behaupten ein ganzes Regiment russischer Panzer eliminiert zu haben. Und der Kommandant ist liquidiert worden. Und hier sehen wir Drohnenaufnahmen von einer russischen Armee-Kolonne, wie sie attackiert und zerstört wird. Die letzten Bilder der Schlacht von einem Ort, an dem jetzt die Ukraine wieder die Macht übernommen hat. Währenddessen gehen an der diplomatischen Front die Gespräche weiter. Diplomatische Gespräche auf ganz hoher Ebene zwischen Russland und der Ukraine, hier in der Türkei. Die Außenminister haben sich in Antalya getroffen. Die ukrainischen Vertreter erzählen uns, dass die russische Seite entweder keinen Deal machen will oder kann. Wir wollten einen 24-stündigen Waffenstillstand, um die wirklich dringlichsten humanitären Fragen zu klären. Wir haben da leider keinen Erfolg. Scheinbar gibt es andere Entscheidungsträger für dieses Thema in Russland. Es sind diese haarsträubenden Szenen aus Mariupol, die weiten internationalen Widerstand hervorrufen. Eine Geburtsklinik zerstört von den russischen Streitkräften. Laut den ukrainischen Offiziellen sind mindestens drei Personen getötet worden, inklusive eines Kindes. Die schrecklichen Bilder zirkulieren momentan. Eine hochschwangere Frau, verwundet während der Attacke. Laut dem russischen Außenminister, das war ein legitimer Schlag gegen eine weit rechtsstehende ukrainische Miliz und kein Kriegsverbrechen. Beim Treffen des UN-Sicherheitsrates hat unsere Delegation Fakten präsentiert zu jener Geburtsklinik. Man sieht auch Bilder, wie Schwangere und Krankenschwestern von eben dieser Miliz aus dem Spital gebracht werden. Aber in vielen anderen Städten der Ukraine warten die Menschen darauf, dass sie den Kampfhandlungen endlich entgehen können. Das sind die letzten Szenen aus Irpin, nördlich von Kiew, wo der Bürgermeister sagt, dass inzwischen mindestens die Hälfte der Population, die Hälfte der Bewohner geflohen ist. Ohne Frieden in Sicht leert sich die Hauptstadt der Ukraine, während die russischen Streitkräfte weiter vordrängen.